Den Mid-Layer ohne irgendwas drunter anzuziehen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber auch den Base-Layer über unsere Outer-Shell drüber zu ziehen, das wirkt irgendwie auch wie Quatsch. Und dann auch den Mid-Layer über den Outer-Layer zu packen, auch das wirkt irgendwie nicht schlüssig. Weil während wir niemals auf die Idee kommen würden, unsere Schuhe und unsere Socken miteinander zu vertauschen, kommen wir irgendwie ganz oft auf die Idee, unsere einzelnen Layer bei der Oberbekleidung miteinander zu verwechseln. Und genau darüber sollten wir uns jetzt mal unterhalten. Layering, modernes Wort für ein alteingesessenes Prinzip, ist eigentlich gar nicht so schwer und super wichtig für unseren Sport. Denn eigentlich ist Layering ja ein super einfaches Prinzip. Es besteht aus drei Layern, quasi, das steckt im Wort. Das ist zum einen mal der Base-Layer, das ist das hier, was ich gerade anab. Die Grundfunktion vom Base-Layer ist nichts anderes als Schweiß abzuleiten. Und das trägt man einfach die ganze Zeit, während man sich bewegt, aber auch herumsteht. Dann haben wir noch den Mid-Layer, das ist alles das, was uns isoliert, also auch warm halten sollte, wenn es richtig kalt wird. Und als drittes haben wir dann noch den Outer-Layer, also die Außenschicht, die uns dann quasi vor Wind und Wetter schützen soll. Das Ding ist halt, ich muss meine Layer immer daran anpassen, was ich tue, also inwieweit ich mich gerade bewege und anstrenge. Und vor allen Dingen muss ich daran anpassen, ob es gerade regnet, schneit, stürmt oder die Sonne scheint. Und gerade das ist ein Konzept, das oft missverstanden wird. Woran erkenne ich das? Na ja, wenn Leute beispielsweise im stürmenden Regen rumlaufen und dabei nichts anderes anhaben, als beispielsweise eine Daunenjacke, also quasi diesen Mid-Layer, und dann klatschnass sind und ihnen kalt wird, dann muss man gar nicht sagen, sie hatten zu wenig an, sondern sie halten nur das Falsche an. Heißt auch, wenn es richtig kalt ist, brauche ich eine Isolationsschicht, brauche ich ein Mid-Layer, irgendwas mit Daune oder irgendwas mit Merino oder irgendwas, irgendwas, was einmal isoliert und mir eine Isolationsschicht zwischen der Außenwelt und meinem Base-Layer bietet. Und wenn es zum Beispiel schneit oder regnet oder ein ganz, ganz starker Sturm geht, dann brauche ich was, was mich davon komplett abschirmt, aber nicht unbedingt isolieren muss. Das ist dann zum Beispiel eine Hardshell-Jacke oder irgendwas in die Richtung. Gerade diese Base-Layer sind aber eine Sache, auf die ich gleich nochmal im Speziellen zu sprechen bekomme, aber hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es sich nicht um beispielsweise Baumwolle handelt. Das sind Dinge, die sind einfach nicht dafür geeignet, sie trocknen sehr langsam, fangen trotzdem irgendwann auch dann zu müffeln. Oder auch so Flanellhemden und solche Geschichten, darauf sollte man eher verzichten. Was man empfehlen kann, ist definitiv zum einen Funktionsmaterialien, wie beispielsweise Kunstfaser oder eben Merino. So wie dieser Base-Layer hier von Odlo eben ein 100% Merino-Base-Layer ist mit einem großen Vorteil. Zum einen ist es komplett antibakteriell, weil gar nichts anderes als Merino drin ist, was großartig ist, weil ich dadurch nicht mehr so stinke. Und zum anderen ist es cool, weil man sehr, sehr schnell wieder trocknet. Außerdem isoliert auch Merino, wenn es ein bisschen nass ist. Das merkt man daran, dass man auch durchgeschwitzte Merino-Kleidung einfach anziehen kann und merkt, dass einem nicht kälter, sondern wärmer dadurch wird. Doch der Base-Layer alleine wird es in diesem Winter, und naja, in gar keinem Winter, nicht machen. Deshalb sollten wir uns auch mit einem Mid-Layer wie der Hyper-Contrast Ascent Hybrid-Weste von Odlo ausstatten. Der Vorteil von allen Mid-Layern ist eigentlich, dass sie sehr, sehr klein und leicht verpackt werden können. Und man braucht in der Regel gar nicht so viel Material, um schon für ordentlich mehr Wärme zu sorgen. Persönlich finde ich solche Westen sehr genial, denn wenn ich mich mit den Armen viel bewege, dann fange ich an zu schwitzen, beziehungsweise Wärme auch an und unter den Armen zu produzieren. Und da kann sie weiterhin weg. Wo mir ein bisschen kälter wird, das ist vor allen Dingen am Bauch, beziehungsweise an der Brust. Und da sind die meisten Mid-Layer insofern hilfreich, als dass sie hier mehr Isolation bieten. Das heißt, gezielte Isolation ist manchmal schon deutlich besser als so allgemeine Isolation. Deshalb ist es auch wirklich smart, wenn, wie bei dieser Weste, der Rücken besonders dünn, aber trotzdem isolierend ausfällt, sodass man hier nicht übermäßig schwitzt, weil der Rucksack ja sowieso schon aufliegt. Eine Sache möchte ich noch kurz einwerfen. Alle Produkte, die ihr in diesem Video seht, sind von der Firma Odlo. Und diese Firma sponsert auch das heutige Video. Odlo verwende ich persönlich nicht erst, seit sie mich kontaktiert haben, sondern, so wie diese Sachen hier, Baselayer, verwende ich schon seit vielen Jahren und bin damit sehr glücklich. Odlo kommt ursprünglich aus dem nordischen Wintersport und man merkt gerade bei ihrer Baselayer-Abteilung, dass sie da sehr, sehr viel Erfahrung, Ahnung haben und vor allen Dingen das Erlebnis in den Bergen möglichst positiv gestalten wollen. Weil gerade die Baselayer, aber auch generell Bekleidung, macht da einen ziemlich großen Unterschied. Odlo ist ein europäisches Unternehmen. Es sitzt in der Schweiz und dort werden auch deren Produkte designt. Produziert werden vor allen Dingen die Baselayer ebenfalls in Europa, was mir persönlich ebenfalls wichtig ist, denn es stärkt auch den Wirtschaftsstandort Europa und ist weit über den Bergsport hinausgehend dann nochmal ein wirklich wertvoller Faktor für den Alpenraum. In diesem Sinne möchte ich an der Stelle Odlo auch für die Unterstützung bei diesem Video danken. Ja und dann kann man noch über die Frage nach dem Outerlayer reden. Das wichtigste von jedem Outerlayer ist definitiv der wind- und wasserabweisende Schutz, denn dafür haben wir ihn ja. Zum anderen kann man sich aber gerade im Winter überlegen, ob einem so Dinge wie eine zusätzliche Isolation, vielleicht ein bisschen eine Wartierung oder auch G-Loft-Isolation innerhalb des Outerlayers weiterhelfen. Dann habe ich nämlich gerade im Winter Isolation und Schutz kombiniert und muss nicht vielleicht so viele Einzelteile herumtragen oder gerade wenn ich ohne Rucksack unterwegs sein möchte, kleine Wanderungen unternehmen will, dann will ich natürlich nicht alles einzeln mit herumschleppen und habe dann mit einer Schicht eigentlich schon sehr viele Probleme gelöst. Odlo wurde in der Vergangenheit für eine Sache richtig berühmt und das ist zu Recht der Baselayer von Odlo. Und da gibt es eigentlich zwei Kategorien, bei denen man unterscheiden muss. Bei den Baselayern, also grundsätzlich, nämlich zum einen ist das der Baselayer für den Sommer und zum anderen der Baselayer für den Winter. Und ich trage jetzt hier gerade den Jacquard Baselayer von Odlo aus 100% Merino und das ist vor allen Dingen natürlich klar was für den Winter. Lange Ärmel, dick gestrickt, aber auch gleichzeitig kuschelig warm und damit kann ich von minus 10 bis plus 10 Grad mich eigentlich super komfortabel bewegen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch für den Sommer mehr als genug Auswahl. Die Baselayer überzeugen halt gerade dann durch einen sehr lockeren Strick und vor allen Dingen, dass sie sehr, sehr leicht sind. Gleichzeitig kann man aber auch in den Materialien nochmal sehr viel spielen. Auf der einen Seite haben wir synthetische Materialien, die sind meistens extrem leicht, extrem dünn und da kriegt man auch eine entsprechende Dichte zusammen, dass man dann gleichzeitig das Packmaß minimieren kann, aber die Leistung maximieren kann. Auf der anderen Seite haben wir dann Materialien, Naturprodukte quasi, aus 100% Merino, so wie dem Baselayer. Das führt dazu, dass wir super antibakteriell unterwegs sind. Das heißt, ich stinke nicht. Okay, der Baselayer stinkt nicht. Und das führt dazu, dass wir gleichzeitig aber auch erstens mal mikroplastikfrei unterwegs sind und vor allen Dingen, wenn wir auf eine ethisch saubere Produktion achten, auch ein richtig vernünftiges Naturprodukt haben. Das werden wir so richtig gut pflegen, auch wirklich lange haben werden. Ich kann natürlich, und das ist ein großer Vorteil, sowohl für Sommer als auch für Winter, in verschiedenen Materialstärken produzieren, beziehungsweise das ist dann eben in Gewicht angegeben, zum Beispiel 150 oder 300 Gramm. Und damit kann ich dann verschiedene Dichten, beziehungsweise eben verschiedene Wärme-Komfortzonen erschaffen. Und ich meine, der Oberkiller, wenn man das Ganze kombinieren möchte, ist dann natürlich die Mischung oder das Mischgewebe. Dann habe ich zum einen beispielsweise das robuste, stabile Polyester, Polyamid, was auch immer. Und kann das Ganze kombinieren mit Merino-Anteilen. Dann habe ich gleichzeitig aber auch diesen Wärmekomfort, wenn es beispielsweise mal nass geschwitzt ist und habe dann so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Und falls ihr euch natürlich fragt, ob dieses Schichtprinzip eigentlich auch für die Beine funktioniert, also hier meine Pantalones, die sind auch von Odlo. Und das hier ist die warme Wanderhose von Odlo. Das gibt es auch in ganz normal. Für die Beine passe ich gerne mich sofort an die Temperaturen draußen an. Und wenn ich bei 0 oder minus 5 Grad wandern gehe, dann habe ich gerne eine etwas wärmere Hose an. Und da sind solche warmen, wattierten oder auch gefütterten Wanderhosen eigentlich dann das Beste. Aber man kann es sich natürlich auch leicht machen und das Schichtprinzip dieses, das Layering auch bei den Beinen anwenden. Und dann nimmt man eine dünne Outer Shell beziehungsweise dann nochmal einen dünnen Base Layer drunter. Kann man machen, wie man möchte. Ich persönlich passe das dann immer ein bisschen an die Situation. Was wirklich oft vergessen wird. Die besten Mid- und Outer Layer bringen nicht viel, wenn der Base Layer nicht passt. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man dafür mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und dann europäische Qualität beziehungsweise dann eben auch fair gehandeltes Material, egal von welchem Material man entspricht, beispielsweise von der Firma Odlo zu beziehen. Wenn ihr das Layering-Prinzip schon lange verstanden habt, dann freut es mich trotzdem, dass ihr dieses Video gesehen habt. Wenn ihr das Layering-Prinzip noch gar nicht kanntet, dann ist euch jetzt sicher weitergeholfen. Wenn euch die Produkte, die ich in diesem Video anhatte, interessieren, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Links zu den Produkten. Außerdem einen Code, mit dem ihr das Ganze auch nochmal deutlich erschwinglicher kriegen könnt. Zum Schluss möchte ich Odlo für die Zusammenarbeit bei diesem Video danken und möchte euch wie immer jetzt noch eine wunderschöne Zeit wünschen und Bergheil! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020